Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute möchte ich gerne zu meiner Kohlbombe Low Carb Püree machen, schnell und lecker. Und zwar das aus Blumenkohl. Dazu habe ich den Blumenkohl in Röschen geschnitten, packe den jetzt hier in Brühe rein und lasse den kochen. Hast du eine Alternative beim Low Carb? Was isst du für Püree oder wie machst du? Also normal ist ja Kartoffelpüree, ist klar. Aber ja, wie gesagt, was gibt es denn da noch für dich als Alternative? Ich probiere das einfach mal. Ich liebe Blumenkohl sowieso. Also von daher kann es nur schmecken. Vielen Dank für deine Zeit auf meinem Kanal. Ich hoffe dir gefällt das Video und lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Besuche auch gerne meine anderen Beinkanäle Michael Hürte Fan und meinen Autokanal, also alles rund um mein Auto, T4 Liebe. Danke, tschüss. Der Blumenkohl ist jetzt weich gekocht. Jetzt kommt er erst mal in eine Schüssel. Jetzt wird er füriert. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt kommen vier Esslöffel Frischkäse Doppelrahmenstufe dazu. Frischkäse ist drin, Butter ist auch drin. Jetzt wird ungerührt. Dann mache ich noch ein bisschen Muskatnuss dazu. Die Muskatnuss ist auch drin. Jetzt rühren. 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 Jetzt rühren.